recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 10 von astro nir ja springen wir da mal raus wir sind im häuschen so da sind wir wieder da wir haben letztes mal uns da hinten irgendwo begeben sind zurückgekommen der mordrak hatte mir geschrieben irgendwo hatten wir so eine pyramide die ich aufmachen konnte beziehungsweise reinstecken musste damit sie aufgeht hat er mir zu einen kommentar geschrieben dass ich da mit f1 drücken feststellen kann was ich einstecken muss damit das funktioniert das müssen wir mal testen und des weiteren hat er mir noch geschrieben dass ich auf dem auto diesen rover der kaputt war noch ein solarmodul liegen lassen habe müsste man mal vorbeischauen und das holen ja und das alles würde ich sagen machen wir nach dem intro bis gleich so und hier haben wir noch einen drucker stehen den müssen wir auch noch irgendwie irgendwo hinkriegen dann gehen wir mal nicht die rampe hoch ja bauen wir den noch mal dahin oder bumm bumm da ist er aber wir brauchen noch eine plattform dafür weil ich glaube so kann ja nicht laufen das bedeutet wir müssen mal schauen da ist eine plattform die frei ist aber ich gehe mal von aus dass es zu klein so wie das aussieht ja wird wohl so sein das bedeutet wir machen mal hier irgendwo an diesem drucker wahrscheinlich auch eine plattform aber was habe ich jetzt gemacht es hat gerade gejingelt ach so dass es f4 dann kann ich den bewegen oder fest haben großer drucker haben wir gebaut forschungskammer exo auftrags plattform große plattform ich schätze mal dass dafür brauchen wir hart ja schade kann ich nicht so nehmen das bedeutet wir müssen mal gerade hier so rüber jetzt wird's gehen schon wieder los genocht warte mal das ist ja eigentlich ausgewählt dann müsste das ja so gehen dass der den jetzt auch anzeigt und druckt ja müssen wir trotzdem noch mal rein weil wir hier bestätigen müssen dass es macht wird dann haben wir die plattform für den drucker auch müssen wir hier mal noch mal reingucken ist da noch was entdecke eine portalkammer haben wir noch nichts erfüllt verfolgt aktiv fertig ist da das denn da müssen wir noch gucken das haben wir noch nichts gut dann würde ich sagen sollten wir vielleicht einmal da hinten hin laufen und das solarpanel noch zu holen warte mal hier ist doch links auch sowas hier sind forschungsteil oder forschungsprobe f drücken zum forschen 10 von 10 wir haben es gerade geschafft neue mission okay dann gehen wir noch mal zurück und gucken uns das nochmal an das war die mission da an dem terminal da abholen so dann schauen wir da mal rein lichter in der ferne nimm eine ne welche war das denn jetzt hier hier geht es zur probe da das heißt wir können das jetzt hier einlösen was kriegen wir verbindungen dreimal sehr schön gut dann nehmen wir einer gleich von mit in den rucksack und der rucksack ist voll sehe ich gerade ja was ist das für ein teil was ich jetzt in hand habe das ist latarit das sollte man vielleicht mal einmal in diesen forschungsteil ein neuer tun ja wir gehen da mal hin das können wir erstmal hier erforschen wahrscheinlich oder da gibt es bestimmt punkte für latarit so das haben wir noch mehr im rucksack strom kommt da irgendwie in den akku rein oder auch nicht da können wir mal vier sachen reinpacken hier da ist noch mehr das noch da rein und das da rein jetzt haben wir ja ein platz auf jeden fall noch zu viel da ist aber voll haben wir noch ein regal ich glaube wir noch ein regal oder da hinten kriege ich das von hier da rein gesteckt ja die dinger nehmen wir mit ist klar wenn wir solche mit haben dann können wir den da auch noch reinstecken weil wir haben ja nochmal reserve hier solche luft dinger so das bedeutet jetzt machen wir uns dann auf den weg warte mal hier ist die plattform fertig na dann würde ich die plattform natürlich erst favorisieren zu bauen machen wir mal dahin audi aus schmeißt den da drauf das geht gibt strom so und dann nicht drunter gehen sondern f drücken damit es aufgeht ne unterkunft silikon und kunststoff braun da kann ich nur eine unterkunft bauen na dann bringt mir das gerade nichts der große drucker oder ich habe gedacht wir können da jetzt einen schmelzofen bauen dann ist der schmelzofen wohl nicht da zu bauen wo können wir den schmelzofen bauen muss ich den vielleicht erst erforschen oder ist der hier im mittleren drucker drunter große plattform große plattform bim großer drucker forschungskammer exo auftrags plattform ja da brauche ich keramik habe ich nicht okay dann sind wir da schon durch kleiner generator kleiner drucker was der kann mittelgroßes lager da sollte man noch mal drüber nachdenken sauerstoffmacher ja keramik dann wegen sauerstoffmacher ist schon gut dass wir den hätten verlängerung brauchen wir kupfer für verteiler grafit und kupfer mittelgroße plattform mittelgroßes lager okay dann sind wir durch da ist jetzt auch nichts dran das heißt wir gehen jetzt wenn wir hier in dem gerät vorbeikommen nochmal da hinten hin wo wir hinwollten und das solarpanel holen hatte ich das gesagt das moderat mir das gesagt hat ich glaube ja ne und ja warte mal ist da noch mehr forschung dran ja das sind auf jeden fall 47 bytes die wir jetzt holt haben die sollten wir holen so dann laufen wir hier mal lang da vorne ist das die pyramide wenn wir jetzt nicht sicher ob das nächste nicht da kann man ja nichts dran das decken exodynamics forschungsunterstützung fällt forschungseinheit füge zum freischalten die passende ressource ein doch ist es kann aber nichts ich habe jetzt hier nichts bei oder wenn sind die verbindung weg ich finde sie aber ja ich glaube eingefügt habe ich den nicht jetzt ist dahinter liegen sie zum glück ich wollte schon gerade sagen jetzt sind sie weg aber ach da ist es wo ich es einfügen kann alles klar und mordak hatte geschrieben ich muss dann die f1 taste drücken um zu sehen f1 ist hier dieses menü da kann ich nichts drücken wo kann ich denn die ressource sehen also ich bin jetzt hier unter linux unterwegs und nicht unter windows jetzt ist die frage ob f1 anlass da bringt er mir ein paar sprüche ob das anders belegt ist warte mal da können wir doch bestimmt hier wo ist denn hier settings wo ist denn hier ich suche jetzt gerade die tastatur belegung aber option wäre schon richtig software allgemein ehrigkeit auflösung grafik quality modus audio controller tastatur maus hier unten gibt es hier ein f1 vielleicht kann ich das mit dem action wheel was machen kalten gegenstand löschen kreativ modus informations umschalten kreativ modus ok terraforming kontext links kontext rechts benutzen geländewerkzeuge katalog ist tab rucksack springen ich glaube hier ist jetzt nix was mir dabei das weiterhelfen würde oder was macht er jetzt hier der steckt die dinge irgendwie gehindert wollte ich nicht das ist auch mit c grad gemacht hier sehe ich mein menü das bringt mir nix und ich will die exo dynamics forschungs unterstützung hier irgendwie ausprobieren und da kommen wir weiter und f1 geht leider nicht mordrack was war das mit dem menü das werkzeug bringt es mir auch nicht das bringt es mir vielleicht kompass missions logbuch forschungskatalog ok das ist der missions logbuch ja wissen wir auch was das ist ne komme ich leider jetzt hier nicht zurande lange pause kurzer sinnlauf weiter müssen wir mal gucken wie das da noch festzustellen ist was da drin ist so in dieser leine meine ich wären dann irgendwann die fahrzeuge am ende gewesen müssen wir mal schauen hier gibt es gemisch auf jeden fall hatte mal jetzt heute mal hier jetzt hier gemisch gibt ich habe doch hier so ein ding mit farbe ändern da raus sieht man das dann ich kann ach so das ändert sich automatisch wenn ich hier drauf gehe ok dann lasse ich das mal so vielleicht kriegt man das wenn ich weiter weg laufe sieht man das vielleicht von der ferne oder dass ich das dahin gebaut habe oder ist das so ja da gibt es rohstoffe auf jeden fall das sind hier sieht so aus wie irgendwie so schaste gemüsespieße oder was haben die daraus gebaut aus diesen dingen an hier ok weiß auch nicht warum die jetzt so anders aussehen so da ist das auto da ist die solarzelle darauf hätten so da sieht man sie auch schuld aber das hier ist kein schuld das hat der mordrat geschrieben da kriege ich das da drauf und kriegt dann strom hier unterwegs oder hat immer da auf dem auto ist da auch noch was drauf ok machen wir hier t ja guck mal eine kleine batterie immer noch dabei so und jetzt müsste man überlegen dass man vielleicht in die richtung einfach weiter geht ja wir haben ja noch ein paar teile da gut ok der lädt sagt er uns knapp daneben hat so wie wieder irgendwas gedrückt was nicht richtig war wo kommen wir denn hier hin das ist die frage wir sind schon wieder zu weit weg ok hier gibt es auch noch da gibt es auf jeden fall hart da hinten das ist ja auch noch irgendwie was wir gehen mal bis zum harz wir gehen mal bis zum harz hier gibt es auch noch löcher t alle super was ist denn hier unten drinnen nix doch da ist was auf jeden fall geht es da weiter runter und dann geht es noch weiter runter aber ich will da doch nicht reingehen weil ich jetzt gerade keine Stacks mehr habe guck gerade hier noch rein ja da geht es auch noch weiter einmal sauerstoff holen und dann würde ich sagen holen wir hier ein bisschen harz haben wir ja glaube nix mehr in der basis glaube ich wissen tue ich es gerade auch nicht doch da war noch was in der basis aber naja wir bauen es jetzt mal hier ab ich sehe gerade hier an unserem werkzeug haben wir noch ganz viele andere sachen gelassen die wir nicht im lager gelassen haben hat ja gut geklappt ne so jetzt lass uns sauerstoff holen oder und ich glaube wir sind auch so gut wie voll ne vielleicht das noch holen jetzt haben wir genug und der bild schon daneben sonst shit ich bin mir denn hier noch irgendwo hingepackt ne doch dafür äh farbe ändern ich würde den gerne gelb machen wenn gelb gibt gibt es weil hier ist der harz oder das harz so zurück zur linie und und denn jetzt haben wir nicht dabei da ist unsere basis ok sollten wir abkürzen ne ne aber wir können hier vielleicht abkürzen es ist immer gefährlich von der versorgungslinie weg zu gehen oder da kommt es aber wieder ok dann geht's ne ok hier haben wir wohl ne ach da waren wir letztes mal genau so dann haben wir das auch dann kommen wir hier wieder hin sehr schön so wie komme ich jetzt an den dingens wie heißt es an den aufen zum schmelzen von meinem aluminium und das andere zeug so hart hatten wir doch noch da sorry aber hier ist noch platz das heißt wir packen mal ab und wo packen wir den rest hin da geht es nicht drauf aber da geht es hin hier haben wir noch eine batterie jetzt wie packen wir die denn hin da geht es noch ja weiß ich noch nicht wo kriegt er jetzt hier so eine plattform hin für die batterie hier ist doch eine ach so das würde bedeuten ich muss nur so eine kleine plattform bauen ne der mittelgroße drucker konnte denn eine kleine plattform bauen ich glaube nicht ne da muss ich wahrscheinlich den kleinen drucker nehmen ja super hat wieder gut geklappt den weg gehen wir da ran den auf mittelgroßes lager obersitz kleiner kanister arbeitslicht mittelgroßer drucker schau verlängerung verteiler mittelgroße plattform ist das das richtige ich weiß nicht ne das ist schon zu groß aber machst du trotzdem wieso machte nix weil er strom nicht mehr hat super oder haben wir da irgendwo den strom abgezogen so jetzt kann er drucken aber ich habe hier noch eine plattform darunter wie kriege ich die denn ja weiß ich jetzt auch nicht ne aber ist jetzt nicht schlimm ich mache das mal so und so dann können die beiden da dran ne den kabelstecker machen wir mal so dann passt das schon ne dann werden wir da mit der batterie klarkommen oder ok so dann würde ich sagen machen wir erst hier wieder einen cut ich bedanke mich recht herzlich für zuschauen ne ja ich werde mal gucken oder vielleicht sagt mir auch einer wo ich den schmelzofen herkriege ne dann kriegen wir das nächste mal in angriff nehmen damit ihr da bescheid wisst und ja dann würde ich sagen recht herzlich dank für zuschauen ne warte ich schon und herzlich willkommen und ne warte mal gerne das video auf anderen kanälen teilen und gerne kommentare schreiben und auch gerne die glocke an machen dann kriegt ihr mit wer jetzt nächste video lade dann wisst ihr schon mal bescheid dann würde ich sagen ne da oben ist die kamera ich wünsche euch was bis zum nächsten mal ciao ciao